Willkommen zurück. Nun gilt es, unsere Crew zu retten. Das war bagalte, Laura. How the hell did you get in here? I had some help. Gramp? Yes. He didn't make it. Shit. I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Das Ding hat mich eine Chance für dich zu kommen. Look, da ist ein Rescue Helikopter auf den Weg. Ich weiß, sie hält Sam an. Habt ihr gesehen, Whitman? Ich glaube, er hat nicht zu den Guest-Ruhen. Herr Showbiz hat wohl wohl einen Upgrade gefunden. Wir finden ihn. Und Sam, auch. Aber wir werden nichts von hier machen. Ich finde einen Weg, um dich rauszukommen. Okay, wir versuchen das Ding zu hören. Come on, guys, again. Okay! Ready? Jump! Not use, Reyes. Ready? Jump! Goddammit. Laura, da ist ein bisschen witzig an hier. Wir hörten sie über die Sun- Sun-Queen. The ancient ruler of Yamatai. You gotta be kidding. You mean, this is Yamatai? Hold on to something! Well, ain't that something? We found the damage we have. I did it! Yeah! Yes! Woo! All right! Great job, Laura. This place is becoming unstable. The floor is starting to buckle. No. Don't worry about it, Laura. Just get us out of here. Grit! Jump over! We'll keep the cage steady. Wait a minute. I want to see you again. Okay. You gotta wait. You're supposed to down over there. Okay. You gotta wait. Folge, die Reihenfolge. Oh, crap. This is bad. Laura, you be careful out there. Watch where you stand! Shit, it sounds like the whole mountain is going up. Oh, crap. We're starting to fall. Hurry, Laura! Whatever you gonna do, we would fret. Larry, get your ass in here. Get us out of here! We're right on the other side. Could be a way out of here. If we... All right. This should do it. Thanks! Holy shit, that was close. Lara! It looks like there's an ass inside. Okay, then go. I'm going in to get Sam and Whitman. Who wants to do it? 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 No, okay. Okay. We're out. But this place has fallen apart. I have a rendezvous point back across the bridge. The chopper's gonna be here soon. Laura's still looking for Sam and Whitman. Das war immer mein Least Favorite Teil in diesem Spiel, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ein guter Mal, mein Action geladen ist es schon. Und Explosion. Booyakasch. Aber es ist wirklich wieder hübsch gemacht, diese Szene. Man sieht überall was durchscheinen und durchblitzen, hin und wieder bei Uni und brennende Motherfucker. Ja, ist schon nett, aber irgendwie... Manchmal wird hier zu viel versucht, extreme Spannung zu erzeugen. Das ist Matthias. Das ist das, was ich gehört habe in Japan, bevor der Pläne rief. Der Ritual von Himmler und Kostüm. Warum ist Matthias so interessiert in es? Wir haben Menschen in der West Coast. Da müssen wir nur noch einen Weg herausfinden. Und schon haben wir es fast geschafft. Fast. Ich frage mich auch wirklich ganz besorgt, warum die jetzt hier massivst diese brennende Hütte verteidigen, beziehungsweise sie sich noch verteidigen und sich nicht in Sicherheit begeben. Äh, ernsthaft. All right. Lara, du bist alive! So bist du. Ich meine, bist du okay? Was ist gut? Was ist denn? Once sie mich zum einen Beordenk catastrophic, they ihren instructions lassen mich wie frei nivel. Und sie wissen, dass die anderen wurden getrennt? Ja, ja. Sam ist in da. Aber ich kann sie nicht ohne Schwer zu schlaufen. These Solari are an anthropological marvel, Laura. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course, of course. I'll keep a lookout here. You call me when it's safe. I don't think you understand. You have been chosen, Samantha. Samantha, this is a great honor for you. For all of us. Some were beginning to doubt we'd ever find you. But here you are. Please. I know you think I'm something special. But I'm not. I don't want to be chosen. This is not about what you want. It's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We are all trapped here. But you, Samantha. You have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Laura! Oh my God! You're here! I was beginning to think I was going crazy. It's okay. It's okay. It's gonna be okay. My weapons. How are we ever going to get out of here? We need to leave before he comes back. Whitman! Whitman! Where the hell is he? Run, Laura! Run! Get down! Back! Back into the throne room! Keep going, Sam! I'll find another way out! There! Okay, time to kill. Ja, das ist wieder eine gute Möglichkeit, das schön aufgebaute Sturmgewehr zu benutzen. Genau. Das ist auch immer. Maschinengewehr. Rifle. Das ist auch immer. Ja. Tja. Gar nicht schlecht. Und ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mich direkt der inneren Arbeit steuere. Aber ich bin auch bald aus diesem brennenden Gebäude raus, oder aus diesem brennenden Gebäude-Komplex. Und ich freue mich schon auf den Teil, der dann folgt irgendwann an der Küste. Mein persönlicher Lieblingsteil in diesem Spiel. Also neben diesem Berghof-Egion, oder was auch immer. Das fand ich auch nett. Ja. Ich überlege auch schon, was könnte man als nächstes... Hab ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Was könnte man als nächstes mal durchspielen? Ansehen oder sich anschauen? Keine Ahnung. Ja, ich bin mir ziemlich sicherlich direkt, dass ich sie nicht im Gebäude gleich nochmal den extrem scary schwangeres Spiel nehme, aber okay, war das. Ich hab jetzt auch in letzter Zeit mal wieder einen guten Sturz an GameCube und Wii-Klasse-Rom erbeuten können. Also, vielleicht kommt da was. Vielleicht fällt mir alles gut ein. Vielleicht Tales of Symphonia. Das ist so ein kleines Projekt mit einer Mindestspielzahl von 60 Stunden. Ja. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ich mach mich ganz raus. Ich mach mich ganz raus. Ich könnte auch wieder auf den Bogen switchen, aber ich glaube... Ich glaube, wir laufen auch noch diese Gepa... Ja. Genau. Die Gepaarmfaktü-Tüken rum. Das ist mit Bogen immer nicht so schön. Ich könnte mir auch mal Metal Geo Salad anschauen. So ein Stealth-Action hätte vielleicht auch was. Oh, schade. Dass da dieser Pfosten zu sehen, also im Bild war. Sonst hätte man... Naja. Ja. Ich liebe die Axt. Oh, schade. Go! All of you! Find a Chosen One. This one is mine. I've been waiting for you, Bill. You killed my brothers. You pig! Ich heiße diese Stelle. Wirklich, ja. Der letzte Hitze hier kam es bei mir zu einigen Abhängen an dieser Stelle. Ja. Oh Gott. Die Beine jetzt fragen sich allerdings gerade ein bisschen niemand herum. Ich glaube, der lässt sich aber nicht von hier oben mit Poetieren penetrieren. Nein. Gut, dann müssen wir ihn runterzudämen. Ja. Na dann. Ich werde ihn runterzudämen. You child! Oh shit! Grenade Launcher! Okay, jetzt ist sie richtig gefährlich. Okay, die Stelle ist cool. Ron, ihr Brötzels, ich komme für euch. Ja, keine Sorge, ich denke, ich werde schon bald wieder zu dem Bogen greifen können. Ja, jetzt ist noch jemand übrig. Irgendwie. Ich glaube nicht. Ist noch jemand übrig? Irgendwie? Ich glaube nicht. Ist noch jemand übrig? Irgendwie? Ich glaube nicht. Okay. Ja. Mhm. Okay. Das scheint doch jetzt aber alles gewesen zu sein. Ein Gegenwehr. Na dann würde ich sagen an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Okay. 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 Das jetzt noch mal. Okay. 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 Jetzt noch mal zurück. Okay. Okay.